Alles für Deutschland. Heil, mein Führer. Mein Führer, ich... Heil, mein Führer. Die können es ja gar nicht erwarten, endlich wieder zu kommen. Heil, mein Führer. Was mir am meisten stört, ist die Schleimerei. Noch vor uns sieg Heil und noch hinten. Leck mir mal. Ab innen. Mein Führer, ich fliehe Sie an. Verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Sehr spät. Ebel, kommen Sie doch mal hier, bitte. Mein lieber Ebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Ja, in der Tat. Wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich so an. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein Führer. Es ist gut. Mein lieber Himmel. Mein Trauer Heinrich. Es ist gut. Gehen Sie nur. Ich sch fogst. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja. Die fehlenden 100. Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Feinde, Feinde! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Aber Sie haben es doch selbst gehört. Er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Fägelein! Eine große Verantwortung liegt nur noch für Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht. Seien Sie unerbittlich. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Tja! Ich will zur Fahrzeugbericht! Der englische Rundfunk berichtet das. Wurde auf. Das ist der Versager des Achmerats. Ein paar Vanille von Baits! Ewe hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos? Aber Sie sind auf zwei Fälle leidete Fehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Göring! Ja! Er war korrupt! Immer schon! Was heißt Unahe? Unahe! Der Risse steht fünf Kilometer vom Stadtkampf! Und ich erfahre, dass uns vor allem auf Macht flach! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Unahe haben! Bleib rechtlich! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Von vorn kommt der Bischof! Hümbler, unter ein ausgerechter Hümbler! Was hat er daraus gemacht? Allerdings darf er der beste Vanille an die Pantstehen! Und der Samorfinist hat die Korruption in unserem Staat mündlich gemacht! Von allem anfang an, wenn diese Soldaten umbetroffen waren! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Warum sagen Sie es ihm denn nicht? Fehlgeleid! 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 Was macht an eurer Person? An meiner Person! Das ist das Schlimmste Verwahrt von euch! Das ist das Schlimmste Verwahrt von euch! Du kannst das Schlimmste Verwahrt von euch! None, und das ist das Schlimmste Verwahrt von euch! Das ist das Schlimmste Verwahrt des Schlimmste Verwahrt von euch! We beğenbe !